gefunden, nach der wir suchen. Julein, ich weiß, wo wir hinmüsse. Okay? Vertrauen sie mir? Ja, ich vertraue dir immer. So zweit, Mama. Außer es geht uns Motorradfahren und während Essen. Dann vertraut er mir nicht. Doch, dann vertraue ich dir auch. Ja, bis wir sterben. Das vertraut er mir nicht mehr. Ich glaube, das ist schla... Alter, ich habe... Alter, du hast sogar mein Voice Crack gehört. Ja. So wie der Titel. Nein, Spaß. Da, guck. Nee. Nee. Irgendwo hier unter der Brücke muss das sein. Wenn da so ein schwarzer Lieferband steht, haben wir Glück. Hast ein Motorrad, 2 mal ein Motorrad, Mori, äh, Dings. Julian. Ah! Ich habe an den Rotor nicht mehr gedacht. Ja. Aua. Aua, schreit der Bauer. Sind die Äpfel sauer? Ich habe ein Motorrad. I can bring them around. I'll get there as soon as I can. Und? Ich habe ein Motorrad. Wo ist es? Ja, ich muss fahren, bitte. Äh, 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 komm her. Mein bisschen da, Polizei. Ach, die Stahl. Könntest mich theoretisch in deinem Ding einladen, dann könnte ich, äh, nicht Geld von dir. Aber dann kriegst du, findest du die Inweise nicht mehr. Ah, okay, verstehe. Sonst hätte ich was gesagt, aber gut. So. Jetzt müssen wir einmal gucken gehen. Zwei, wir müssen jetzt den Zugschienen entlang fahren. Ist der Van auch bei dir da, oder nicht? Ich habe schon keinen Bock mehr. Doch, doch, den sehe ich. Den sehe ich. Das ist so ein schwarzer Van, der steht entweder neben den Gleisen, entweder hier vorne neben den Gleisen, nee, ein zweiter. Mann, Digga, diese Musik, die kennt mich so. Julian, die nächsten Tage darfst du nicht mehr online kommen. Ich bin jetzt offiziell eine Copyright-Gefahr. Hahaha, nein. Ich höre sie nicht. Hm, auch der Fenster offen, dann ja. Es reicht mir. Ich höre sie aber laut genug. Entweder steht das hier, oder ein zweiter. Oh, nicht. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Kann man diese Kackmusik ausmachen? Warte. Oh, mein Gott, Julian, wir müssen zurückfahren. Wir sind dran vorbeigefahren vielleicht. Wir fahren halt mal hier so lang. Oder hier sehen wir es. Normal steht er hier, genau. Normal steht er dann hier, aber dann steht er bei der Militärbasis. Wenn er da nicht steht, dann müssen wir warten, bis er es brandt. Boah, ich warte hier und... Ab zum Militärbasis. Naja, macht auch keinen Sinn. Nö. Ab zum Militärbasis. Weil ich habe das ja schon, dann spawnt er ja nicht. Oi. Ich habe den übelsten Royce... Ich kriege die ganze Zeit übelste Roycecracks, Alter. Was hast du gemacht? Komm, ich fahre zur Ding. Ich habe markiert, fahre da hin. Lass uns kurz auf die Karte gucken. Ah, okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da Da war gerade ein Auto, das ist richtig weggepackt, das war so geil, also nicht so geil, aber da war richtig lustig Okay, es gibt noch zwei andere Locations, wenn der da nicht ist. Okay, ich weiß, wo wir stehen, wir sind aber fast da, und zwar dann steht der hier vorne. Wo ist gerade eben, ich nehme, ich kann Hundehaare wecksaugen. Auf jeden Fall steht er entweder hier vorne. Ja, hier steht er. Wo? Hier bei mir. Blind? Ich bin blind, oder? Hast du da? Ich bin nicht in ihm. Jetzt kriegst du nämlich eine E-Mail mit zwischen 25 Uhr musst du da hinkommen. Ich hab die Schnauze voll von deinen Schnüffelreihen. Ich will die nichts mehr machen, wenn sie heute liegt. Okay. Ich muss jetzt zwischen 25 Uhr dahin gehen. Guck mal, Julia, dann schon kriegst du einen Revolver. Find ich nicht nicht. Weil ich hab jede Waffe, die man so finden kann, hab ich schon gemacht. Also bei mir steht, ich hab die Schnauze voll von der Schnüffelrei. Ich will nichts vormachen, nichts vormachen. Was als nächstes passiert, wird dir nicht gefallen. Bis jetzt. Ja, und das ist jetzt die E-Mail. Das ist ja mal, müssen wir zwischen 25 und 20 Uhr dahin. Das heißt 1 Uhr, das sollten wir schaffen, oder? Wir müssen ja nicht direkt um 5 Uhr direkt da sein, also der Spawn zwischen den Uhrzeiten. Ah, so wie beim Yeti damals. Bei mir ist der, bei mir ist das morgens gesund. Oh ja, weiß noch die Yeti jagt. Aber er war richtig verbatgt, weil Maxi hat die anderen gesehen, ich hab die anderen gesehen. Ich hab mal ansehen. Ja. Ich hatte Yeti zweimal angegriffen, einmal wo ich den schon hatte und einmal random, wo wir beide da waren. Also wir drei. Und ich hätte dir eigentlich gar nicht dieses seltene Outfit gekriegt. Geh? Ja. Das ist jetzt übel verselten, geh, das wird für 120 Euro auf Klarna gehandelt. Echt jetzt? Ja. Dauer. Ich lege jetzt ne Runde Schlafen hier oben. Guten Nacht. Oh fuck. Ich hab schon wieder... Alter. Vielleicht wieder... Ich komm gleich wieder zurück. Ich komm gleich wieder zurück. Ich komm gleich wieder zurück. Alles gut. Ja, also Uhrzeit, Junge. Wir haben gleich drei. Ich wollte aufsteigen und... Naja, alles gut. Du hast die Mission angenommen. Wo ist es? Am Flughafen, gell? Kommen Sie her. Ich weiß, wo wir hin müssen. An welchem Flughafen ist das? An dem hier, oder? Hier. Hier. Junge, stell dir vor, in GTA 5 müssen wir uns ein Handy langen. GTA 6 meinst du? Äh, ich weiß schon, was ich meine. Ja, ich weiß. Ja, das wär so kacke. Ihr Handy-Akku ist alt. Prinzess! Hier, Lars. Ja, der spawnt dann hier zwischen fünf. Wir müssen jetzt kurz... ...zwo Minuten warten. Ich geh auf den Wachter und halte Abschau. Ja, du siehst ihn wahrscheinlich nicht, oder? Doch, wenn der auf dich angreift schon. Hm. Beim Yeti hast du mich auch nicht gesehen. Das steht in Yeti. Scheiße, faltet drauf. Hast du gerade was auf dich geworfen? Boah, ich hab gefurzt. Boah, das stinkt aber ganz schön. Treffer! Eiskalter Treffer! So, ich geh kurz ins Haus. Ich geh kurz einkaufen. Jürgen! Da ist so ein verrückter. Ja, halt die Tür zu. Ja, ja, ja. Ja, genau, der will, der will, der will, der will, der will, der will, der will. Den Mörder jagen. Den Mörder. Ja, genau. Ich denke, und er bin... Das geht gar nicht. Guten Tag, da sind wir ja da. Scheiße! Aua, ich bin auf die Wand nicht in die Tiefe. Julian, willst du mal einen richtig harten Unfall sehen? Ich hab ihn. Guck nicht, okay. Hast du ihn? Ja. Ja! Geil! Aber keine 5 Uhr. Nö. Aua! Hat es Schaden gemacht, Alter. Voll auf die... Geil, Alter. Ich hab den ungefahren. Jetzt hast du den Navy Revolver freigeschaltet. Ja, der ist cool. Bist du glücklich? Auf jeden Fall. Jetzt gibt's noch einmal die Kayapur-Pistole, die du du kannst, die Kayapur-Pumpgun. Dann gibt's noch einmal den Double-Action-Revolver. Und dann noch die Steinaxt. Wir fehlen jetzt noch... Kaum. Drei, vier Dinger. Dann hast du alle. Ich hab nämlich alle. Was wollen wir jetzt machen? Ich hab noch ein bisschen Zeit. Pff... Entscheide. Mir ist egal. Äh... Entscheide, du YouTuber! Hahaha! Normales Rennfahren? Oder... Weiß ich nicht. Äh... Oder... Mit meiner Falschgelddruckerei? Okay, wussti. Markier. Hast nix gehört. Du musst mir noch einladen in deine, äh... Crew. Nein, da kann ich nur ohne C-O rein. Ich hab doch markiert. Von dahin. Du kannst mich trotzdem einladen, oder? Also... Nein, dann kann ich nicht mehr in meine Kokain fangen. Äh, was? Was? Puderzucker fahren, meinst du? Äh, jajajaja. Jungen abgeben, Alter. Fischer Name, gell? Auf jeden Fall. Hat der... Maurice Giraffe schon? Nee. Okay. Ich hab das Maurice nicht mal gesagt, dass es so was gibt. Nicht? Wenn das Video sich dann weiß hat, das... Alter... Ja, willkommen... Warte, ich muss kurz was googeln. Ich komm gleich wieder. Okay. Google kurz mal. Mal... H Tat! Gacknt! Deine Arbeiterin ist hier aber die ganze Zeit am Handy. So Leute, kriegt man den seltenen Revolver. Mann, wie bekomme ich die? Ich will eine bestimmte Farben haben. Oh ja, du dann, bitte Musik. Copyright! Hört man das? Ein bisschen. Ich glaube, das wird nicht... Bei mir ist richtig Rock'n'Roll-Ala. Wär's Rock'n'Roll, wär's ja wahrscheinlich gut. Aber hier läuft nichts. Das ist aber nicht gut. Hier steht der Betrieb. Ich hab gestern... Ich hab jetzt ein Dings verkauft. Ich hab jetzt ein Dingskopf. Das ist wie die Kaio-Periko heist. Das ist wie die Kaio-Periko heist. Ok und ich würde sagen, hier beende ich den Part, ich hoffe ihr hattet Spaß beim Video, so kriegt ihr die seltene Waffe, schaut euch die beiden letzten Parts an, wenn ihr die kriegen wollt. Ich bin an 1, habt Fun, tschüssi Kowski, wir sollen tschüss sagen. Ne, will er nicht, ok. Bis zum nächsten Mal, Tschüssi.